Liebe Freunde, viele von euch haben sich schon immer mal ein Frühstücksvideo von mir gewünscht und auch wenn ich jetzt heute nicht das meiste und tollste und opulenteste Frühstück gemacht habe, Frühstück gibt es natürlich immer, hilft auch beim gesund werden. Ja und hier könnt ihr mal gucken wie das bei mir aussieht, wenn ich mir Frühstück mache. Das ist mein Frühstück, das trage ich schon mal zum Tisch. Da stehen noch Weihnachtsplätze hin. Frühstück vom Jens. Da hinten ist unser Toaster. Heute gab es das drömende Sems. American Toast. Oder American Sandwich, wie auch immer man es nennen möchte. Musik ist am Start. Ja, halt stopp. Ganz wichtig. Kaffee. Ich habe zwar die Tasse voll Milch, aber ein kleiner Schuss. Passt immer. So, jetzt kann man mal ein bisschen leiser machen hier. Jetzt habe ich heute mal keinen Kaffee mit Milch, sondern Milch mit Kaffee. Ja, schmeckt bestimmt auch. So, ich wünsche euch jetzt einen schönen Tag, einen erfolgreichen Tag, einen glücklichen Tag, einen fröhlichen, lustigen, wie auch immer, gearteten, tollen Tag und ich wünsche mir jetzt guten Appetit. Tschüss, bis dann.